Guten Abend. Einen Arbeitsplatz zu finden, ist für viele schwierig. Besonders für Menschen mit Behinderung. Dabei ist Arbeit gerade für sie ein wichtiger Schritt in Richtung Normalität. Deshalb unterstützt die Aktion Mensch integrative Unternehmen wie Prodiflex in Bamberg. Aktion Mensch bedeutet für mich, sich gesund zu fühlen. Es ist schon wichtig, dass es solche Betriebe für uns gibt. Es war schon schwer, was zu finden. Dann sitzt du alleine zu Hause und es ist schrecklich. Hast du Arbeit, dann bist du dabei. Dann fühlst du dich wie alle anderen. Das ist schon wichtig für jeden Menschen. Arbeitsplätze, die helfen. Wenn Sie ein Los der Aktion Mensch haben, tragen Sie Ihren Teil zu dieser Hilfe bei. Und gewinnen können Sie auch. Wer in dieser Woche zu unseren Hauptgewinnern zählt, das erfahren Sie jetzt. Der Geldgewinn geht an die Losendziffer 5 4 4 8 4 2 2. Die Gewinnzahl für das Traumhaus lautet 6 9 8 7 4 1 1. Das Haushaltsgeld entfällt auf die Losendziffer 8 3 6 5 1 7 5. Die Gewinnzahlen für die Sofortrente in Höhe von bis zu 2.500 bzw. 5.000 Euro lauten 1 4 9 6 8 7 9 und 6 3 1 8 0 7 9. In zwei Wochen ist Muttertag und mit solch einem Jahreslos der Aktion Mensch Lotterie schenken Sie jeden Monat die Chance auf Glück. Und unter aktion-mensch.de können Sie Ihr persönliches Los selbst gestalten. Viel Spaß dabei und Tschüss.